Willkommen zur zweiten Episode der Eike Digital Tonspur. Das Vertrauen in Medien und ihre Umfelder wird immer wichtiger. Gerade deswegen finde ich es so spannend, dass das Vertrauen in eine Marke nach dem Hören der Werbung im Podcast extrem steigt. Im direkten Vergleich mit Social Media Kanälen wie beispielsweise Facebook, Instagram und Co. sinkt das Vertrauen in eine Marke. Wenn ihr den Artikel oder die Studie dazu lesen möchtet, findet ihr den Link im Beschreibungstext. Jetzt würde mich aber noch interessieren, welches Medium ihr am vertrauenswürdigsten findet. Ich freue mich auf den Austausch und bis zum nächsten Mal.